Ein Brief für mein Nachhinein Mendel zu Scholem Aleichem. Begepusten. Oh, 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 oh. Le Kuvit, aie Didi, aie Jukke, maie Scholem Aleichem. Ihr Reiches kann ich auch schreiben, als ich bin gesinnt, denn es soll nur hören, eine von anderen geht es um. Wahrscheinlich kommt man am Maseltoff, bin schon nach Hause gekommen, zu schweren Schwiegen, zu waben, Kinder, auf Peisach. Und als wir haben das Erefe Peisach. Im Erefe Peisach täte man alles bei der Pusen, ahlende Kappen, dick auf ein Fies, habe ich bald durch in der Stieb. In der Stieb habe ich getroffen, A Gehennem. A Gehennem, das Waschen, das Ruhmen, das Kaschern, das Keilem, A Gehennem, das Gehennem, das Gehennem, das Gehennem, der erste ist mir reingekommen, ein Marschwege. Ein Marschwege, darfst du wissen, ist für jenes Hortwabe, was auf dem Pfad, Mannsbild und Tachlis sind, ohne Verwurz. Dem Schwermann, das heißt jemand, als er so fahnt, als von der Kummer, als er ihm jedes Jahr geboren hat, ein Kind. Er hat mich gesehen, als er gemacht hat, gewollt. Scheine Scheindl, da ist der Gast, da ein Tasche, da ein Kräunf im Kopf, als nur Verjabe soll werden. Er hat sich zugestellt. Scheine Scheindl, komm noch heran! Scheine Scheindl, ist er reingekommen, er hat mich umgekickt, und ihre zwei Chorben ihre Schalei mögen. Er hat sie mir gesucht, still, gelassen, nur mit der Stoch. Das Kossel kämen und nach dem Mendel. Hast du dich dem Mann daheim zu kämen? Und nach dem Mendel suchst du, guck dich noch rein, seh nur, wie das ist, seh nur, seh nur. Wer es hat spekuliert auf der Börse, in wer das hat geworfen mit Millionen, in wer das hat gewollt wären, ein Rothschild oder ein Brodski, als Verchappsel, der ganze Brodski zusammen mit seiner Millionen, in den letzten Wochen. Ich will ihn nicht so schelten, aber ich will ihn nicht so schelten. Der Verkehr suchst, ich will ihm nur wünschen, er soll sich in Stellen vier Mackes, in jedem Mack auf ein anderer Ort, er soll nicht kennen, nicht gehen, nicht stein, nicht sitzen, nicht liegen. Versteigt sich, als nur ich in Hamburg habe, ist mein Europa Stein vom Herz. Schon, sagst du, bin ich schon übergekommen. Von deswegen, von deswegen, als er mich mit den Kindern geküscht, und bei der Wabe, er weggedreht die Kappe, ich soll nicht sehen, wie sie wischen sich, der Träger. hat die Kitzel, er hat durch die Wabe, mit den Wachen, mit den Romen, gehabt da rein Hemden, gelaufen, mit den Märchen zerren, ab dem Schwitzbord. Wenn ihr seht, wie er soide Kessrelifke, schwitzen und liegen auf der nasse Bank und schmießen Politik. Wenn ihr seht, wie Kessrelifke Politikers liegen auf dem Tisch dem Zaren Nikolai mit der Englische Malki mit der ZO-Nuggets wie die Mama zu gehör. Immer lassen sie sich darauf zeigen, wenn ihr seht, wie er soide Kessrelifke jeden nehmen Namen an Jury und legen weg die japanische Armee und ein Schuss. Wenn ihr seht, wie sie reingeln in der Dardanellen nehmen in Gefangenschaft den ganzen Terkischen Flot mit der Hand. Wenn ihr seht, wie er soide Kessrelifke, und jetzt wird sie sehen, wie er soide Kessrelifke in der Märkitz hat, so wird sie auch befallen wie die Heuschrecken. Wenn ihr seht, wie er so in der Welt ist, wenn ihr seht, wie er so ein paar Hüte ist, alle haben gewollt wissen, mit Wusser steigen, vernehmen sich die Hüte zu Bale-Bate. So haben wir gewollt wissen, wie sie auch jetzt in das Schuss nehmen können, wenn sie pleite machen und Kurden spielen können, so haben wir gewollt. Das ist nur ein paar Rutschild. Nur die Sedra ist er weggegangen, er zweites Sedra, es hat er drei Fuß. So man gewollt wissen, Frau Wussmann hat den drei Fuß er rübgen, mit der Schliff ist und ihm gemacht, verrost körperlich mache. So man gewollt wissen, Frau Wussmann nimmt aus einem jüdischen Kapitan, der sich Gott in den Schumme schildigt, in der Verschickten auf einer Insel, er soll dort das ganze Leben sitzen auf der Hellene. Und während die Hellene, ziehe ich nicht einmal dieselbe Hellene, dieselbe Gäu, wie Napoleon ist auch gesessen. Der Fumma, der Kopf von der Minister, wenn sie keine Empfehlungen auf die alle Sachen. Mein Herr Schoenlachim, ohne so ein bisschen harte Erf Paisach, will ich noch bewahrzeichen, durch die Posen die Karte schicken, als scheinem Dank für die Einze, die sie mir gegeben haben, als er weggefahren von der Meckerei im Wehren der Schatren. Herr, was soll ich sagen, Schatrunes ist, als scheine bekämpfte jüdische Pannusen, er miss, und nach der Wahl ist er doch gefährt, keine Einschöder. Aber Gott ist aufhutig, streit sich. Und nach 30, wird sich ausdrehen. Wird sich ausdrehen. Der Beste ist, wenn er sich gewohnt, schatrunen, er kommt schon in der Beste Hase. In der Beste Hase. Wie ich komme, ich stelle mir vor, als ich bin, nach dem Mendel von ihr Huppets, bete mir mich sitzen. Ich bin da lang mit Tee, mit angemacht. Und ich stelle mir vor der Kalle. Und ich weiß ihr, was ihr kenne, sie weiß mir, was sie kenne. Und nach der Kalle geht mir ein Knacker an, ab wo wird der Französisch. Bin ich nicht voll, ich knack jetzt, rick auf Französisch. Le Muschel, sie geht nach Afrique, parlez-vous Francais? Das heißt auf Jiddisch, was macht ihr mit Gesinnt? Einfach, merci, bonjour, gräubt Hashemisburg. Oder sie geht nach Afrique, keskeshe, kelkashos. Das heißt, wie seht ihr raus mit Penus? Einfach, das heißt, ich l'amem Schoß, scherche la femme, als Gott will, schießt er böse. Nicht, einer aus dem, wir tunen, umgesehen, als mit Französisch spiele ich mich wie ein Fisch im Wasser. Und sie mich gefragt, sie ich will nicht auch hören, wie so die Tochter spielt auf dem Fortepian. Fortepian, Fortepian, ich weiß nicht, mach das heiße. In der Kalle, zum gegebenen Sitzer weg beim Fortepian, mit der Rosemach, in geöffneten Bier mit Noten. und hat mir gegeben, ein Schechtup, ein Stück Schlammes, das hat mich gerissen beim Herz. Ich habe nicht gewusst, dass er auf dem Fortepian auf dem Fortepian zieht auf den Schlammes, zieht auf mir. Bis Hannes, aus dem Ritten, herangebeten Kabinett, hat sich vorgestellt mit dem Jiches, bei mir sagt er, was er mit Spurchen, zusammen schämen sei es, in meinem Spurchen hat er gesagt, wird er nicht gefunden, kein Bein Maluch. Und wer schmiert der Mensch bei ihnen? Ach, das ist verschuldet. Ich sollte auf dem der Sockte sagen, mit Lecht wird er in meinem ganzen Bein Spurchen nicht gefunden, kein einziger Mensch, alle Gewiere madieren. in meinem Spurchen. Nur dort. Jetzt, mein Schummelachem, Saatmüchel, also, ihr wisst zu sehr, aufbeißig, ob ich nicht bewiesen zu enden, in dem Brief, in mir zu schem, im ersten Tug, Chalmuit, will ich, will ich, hand ist der erste Tug, Chalmuit. Ihr wollt doch aber wissen, wie ist es mal durch die erste Zeit der Nacht? Ist es nicht gewinnen, keine Zeit der Nacht? Ho, mir ist allein. Tischebuch, herzermaßen, man weiß nicht, wie er sei, der Hint hat sich herangehabt in der Kirche, in den Aufgefressen, dem ganzen Kreuzes, mit den Muren, mit den ganzen Klappen gezahlt. Der Schwieger hat geschickt, Pech im Schwebel, Pech im Schwebel hat es geschenkt. Schon hat sie gesucht, soll hart der Hint zu brechen, dem Seide, soll der Hint fragen, der vier Kasches. Hart hat sie geschenkt, verliegt die Millionen, wenn ich herüberlosen die Schwelfen in sich stehe. In mir hat sie gegeben, mein Befehl, nach dem Händel, hart wird sie nicht suchen, der Gude. Hart wird man nur halten, bei der Kneidelach. in Gäiweiß, als der Kneidelach ist an der Nacht verschwinden geworden. Seht los, hat er hinten nicht gewinnen kann. bin gesessen beim Tisch, hab umgekickt, man, mit Spuren, und hab mir gedacht, als auch ein Weih zu dir, schlamasselte Gemälech, auch ein Weih zu dir, Malka, und auch ein Weih zu dir, ganzem Lierchen. Für mich, Eier, mein Nachem, Mendel. Vielen Dank.